Guten Morgen Metal Palettenfreunde, heute steht meines Erachtens ein Nordsee-Klassiker an, von Husum nach Büsum immer schön, dem Deich entlang über St. Peter-Ording, ordentliche Strecke, ich muss mal schauen wie ich damit umgehe. Gepowert wird die Etappe heute vom Harry Drews, also nochmal die Agnes 9, recht herzlichen Dank an das gesamte Team. Sein Songwunsch ist ein Titel von Dream Theater, ich kenne den Titel jetzt gerade nicht auswendig, ich nenne den Opus 5, soll den Song ja nicht schmälern, immer geil zu hören. Harry, recht herzlichen Dank, ich wünsche allen einen schönen Tag, melde mich von unterwegs, habe die Ehre. Wisst ihr, ich mag ja Wind. Bei Wind pinkele ich 6 Meter weit, andere bekommen nur nasse Knie. Mich würde ja interessieren, was du dir auf den Tisch stellen, wenn du dir in Frankreich ein Gorsch-Semmel bestellst. Es ist doch noch ausgegangen, dass ich an einen Strand komme, gar nicht weit weg vom St. Peter-Orddingen-Kur-Strand. Beeindruckend, es ist wirklich sehr schön hier. Ich habe jetzt Rückenwind und ich sage es euch, ich habe mir das so verdient. Ich bin fast 60 Kilometer ein Vormittag hart gegen den Wind gefahren. Aber jetzt blasst es mich förmlich nach Husum, Büsum, Büsum, Husum. Scheiße, Unkraut. So, für heute haben wir es wieder geschafft, in Büsum angekommen. Hier der Ort hat sich badetechnisch echt stark professionalisiert. Gratulation. So, für heute war es das. Allen einen schönen Abend, einen schönen Ausklang. Morgen zur selben Stunde fahre ich wieder eine Runde. Servus, bett euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.